du hast nicht baby baby jetzt kann man nur so fit sein um die uhrzeit kabin Zigarette, Kamera. Oh, weg sind sie. Baby! Baby! Miene, Kie, Miene! Baby! Miene! Gina, Schluss! Oh no! Baby! Baby! Baby, jetzt noch die Dich. Baby! Baby! Baby, mach Pipi. Jetzt noch die große Pipi. Ja, guck dir an, wie das geht. Ach. Ach, Gina. Baby, Baby. Geh mal Pipi machen. Guck. Baby. Gina, Schluss! Na, Pipi, Baby. Na, Pipi? Gina, jetzt lass die da machen. Feine, Baby. Feine, Baby. Ja, jetzt musst du ja noch das Leckerchen suchen. Ja, jetzt kannst du spielen gehen. Machst du jetzt lecker. Lecker und dann kannst du Kaka machen. Mal. Oh, warte mal. Oh. Bald ist er nicht. Könnte er nicht so fit sein und die Uhrzeit. Das ist ja nervig. Also... Tssst! Oh! Ich verstehe nicht. Hä? Oh! Oh! Gina, Gina, Gina. Hä? Hä? Hm? Äh. Äh. Bisschen der Thun. Äh. 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 Vielen Dank. Hört mal hier zwei. Ey, habt ihr denn gar keinen Hunger? Wollt ihr gar keinen Lecker-Lecker haben? Doch, du schon, ne? Die andere versteht halt noch nicht. Baby, es gibt Lecker-Lecker. Oh, oh, oh. Moment, Moment. Ja, jetzt gibt's Lecker-Lecker, ja? Mh, jetzt gibt's Lecker-Lecker. Jetzt hat er noch so Pfötchen. Jetzt geht er wieder tausendmal das alte rein-rausspielen. Moment. Moment. Aha. Mh. Kaffee. Immer, Gina. Gina, Gina, Gina. Ich muss den zu mir mal wieder wegmachen. Gina, Gina, Gina. Du bist fünfeineinhalb Jahre, Gina. Fünfeineinhalb Jahre. Und der bist du so ein wildes Hühnchen. Was hat jetzt hier denn? Hm? Oh. 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 Oh ja, hier im Superdreck. Also hört mal. Ich hatte gesagt, ich mach euch jetzt Lecker-Lecker. Aber doch nicht, wenn ihr hier aussieht wie die Bauarbeiterhunde. Ja, also hör mal, Baby. Glaubst du denn so, wie du aussiehst, kommst du da rein? Hä? Oh. Schluss. Kaffee absetzen. Gina. Baby. Schluss jetzt. Schluss. Mach es Lecker-Lecker.